Was ist denn jetzt? Oh! 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 Ich weiß, du kommst jetzt! Das war so schwierig! Okay, du kommst! Kommst du, wenn du mit einer Stadt verfreitest? Hier lebt es sich viel besser. Ich muss zu glauben, dass jedes Verein hat. Hehehehe. Ich habe am Wochenende eine Spritze. Es ist eine Ewigkeit, Herr, dass es weiter als fünf Meilen geht. Nein, nein, nein. Was du sie heute schon wissen. Sie muss damit klaren, oder? Hey, was geht? Nicht viel. Ich habe heute frei und dachte mir, ich gehe ein bisschen spazieren. Das ist schon Luxus, wenn man rausgehen kann, ohne gefilzt zu werden. Willst du mit mir? Hey, melde dich, wenn du in der Stadt gehst. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh